Das ist unsere liebe Kati. Kati ist ungefähr zwei Jahre alt. Sie ist sehr, sehr lieb, versteht sich prima, wie man sieht mit ihren Artgenossen. Sie ist sportlich, sie läuft gerne und wir hoffen sehr, dass sie bald eine eigene Familie findet. Kati, so entspannt. Ja, im Schatten ist es besser, nicht wahr? Ja. Es ist angenehmer, aber sie läuft prima an der Leine. Sie läuft prima an der Leine, das macht sie wirklich prima. Sie ist sehr interessiert an ihrer Umgebung, aber sie ist einfach toll, sehr unproblematisch. Ja, die Hitze. Was wollen wir in August? Klasse. Gehen wir zusammen, Kira? Mit deiner Freundin Kati? Gehen wir. Kati wartet auf Kira, Manu. Ja. Sie haben schon immer Freundes empfiehlt. Ja. Ja. Prima, die Mädels, prima. Wir lieben euch. Kira und Kati. Kira und Kira und Kira und Kira. Kira und Kira und Kira.